Willkommen zu einem Slither.io Video. Das Video endet, wenn ich getroffen werde. Also wenn ich in irgendeine andere Schlange reinfahre. Kann relativ lange dauern. Kann aber auch jeden Moment vorbei sein. Wir gucken mal. Okay. Okay. Ja, toll. Oh ja, gut. Gut. Nehme ich mal mit. Da können wir ein bisschen wachsen. Jetzt go. Ich würde gerne da durch. Das war schlau von mir. Ja, das ist sehr gut. Nein, nein. Wie viel Glück habe ich. Warte. Oh ja. Was passiert hier eigentlich? Aber ist gut. Ist bis jetzt sehr gut. Komm. Ja. Nichts überstürzen. Sonst gehe ich hier drauf. Ja. Komm. Langsam. Komm. Geh hoch. Ja. Sehr gut. Jetzt wieder ein bisschen länger machen. Nein. Nein. Oh. Nein. Nein. Oder. Ja. Unnötig. Unnötig. Oh gut. Der wird auch schon eingekreist. Er wird jetzt versuchen, sich wahrscheinlich drei zu machen. Komm. Bitte. 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 Was ist das? Nein. Ah. Tschüss. Oh Gott.